Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Vorratshaltung für Notfälle. Die Rufe, dass man sich einen Vorrat an Lebensmitteln zulegen sollte, werden immer lauter. Das Bundesministerium für Ernährung hat für diesen Zweck sogar Checklisten bereitgestellt, um Vorräte für 14 Tage anzulegen. Aber wofür das Ganze? Im Rahmen der Corona-Pandemie blieb uns glücklicherweise, zumindest bis jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, eine Unterbrechung der Möglichkeiten, sich mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen, erspart. Dieser Ist-Zustand ist aber kein Garant dafür, dass der Einzelhandel nicht doch noch geschlossen wird. Hoffen wir mal auf das Beste. Leider gibt es zahlreiche politische Entscheidungen, die eingeleitet wurden, welche in nicht allzu langer Zeit zu einer Notwendigkeit einer adäquaren Vorratshaltung führen. Ganz vorne die Energiewende. Ein Video zum Thema Energie findest du oben unter dem i. Leider kann durch das Abschalten von zahlreichen energieerzeugenden Kraftwerken und die mangelnde Kompensation durch Energiespeicher im Rahmen des Ausbaus erneuerbarer Energien und die Förderung von Elektromobilität die benötigte Stromzufuhr nicht sichergestellt werden. Ein drohender Blackout, das ist ein über mehrere Tage andauernder Stromausfall in einem großen Teil einer Region, macht eine Vorratshaltung notwendig. Leider sind die Angaben des Bundesministeriums für Ernährung für eine Vorratshaltung unzureichend. Das Wichtigste, was sicherzustellen ist, ist Wasser. Bei einem Blackout ist davon auszugehen, dass es kein fließendes Wasser mehr gibt. Dabei ist zu beachten, dass Wasser nicht nur zum Trinken und Kochen, sondern auch zum Reinigen von Oberflächen und für die Körperpflege benötigt wird. Nicht zu vergessen, dass das Spülen nach dem Toilettengang und zur Reinigung des Ess- und Kochgeschirrs. Was ich empfehlen würde, ist zum Trinken und Kochen auf Quellwasser-Gallonen zurückzugreifen. Wo man solche Gallonen erwerben kann, verlinke ich in der Videobeschreibung. Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ich zwar Kunde dieses Unternehmens bin, aber für den Hinweis oder das Empfehlen nicht vergütet werde. Für alle anderen Anwendungen von Wasser sollte man sich leere Wasserkanister besorgen, in denen man Leitungswasser lagert. Auch wenn das gelagerte Wasser über die Jahre hinweg abstehen würde, gibt es Möglichkeiten, das Wasser mit Wasserdesinfektionstabletten aufzubereiten. Neben einer ausreichenden Menge an Wasser gehören solche Tabletten mit in die Vorratshaltung. Was die ausreichende Menge angeht, so ist pro Person für Kochen und Trinken pro Woche 25 Liter vorzuhalten. Zusätzlich ca. 50 Liter pro Tag für andere Wasseranwendungen pro Person. Der Vorrat sollte für mindestens 4 Wochen ausreichen. Was Essen angeht, gibt es viele Möglichkeiten, einen Vorrat anzulegen. Zu Zeiten, wenn Strom verfügbar ist, ist Einfrieren durchaus die einfachste Möglichkeit. Wenn der Strom ausfällt, über längeren Zeitraum, sollten erstmal die Lebensmittel verbraucht werden, die eingefroren waren und Kühlung bedürfen, bevor man haltbare Lebensmittel verwendet. Die meisten Kühl- und Gefriergeräte und auch Gefriertruhen halten auch ohne Strom noch 48 Stunden die ursprüngliche Temperatur. Je nach Jahreszeit und Außentemperatur können diese Lebensmittel dann noch einige Tage gegebenenfalls draußen gelagert und verwendet werden. Neben dem Bevorraten von Lebensmittelkonserven ist eine weitere Möglichkeit das Einkochen. Das hat den Vorteil, dass man sich Speisen auf Vorrat legt, die man selber zubereitet und auch gerne selber verspeist. Mit eingekochten Lebensmitteln ist man immer auf der sicheren Seite. Um sich abwechslungsrecht zu ernähren, sollte aber eine angemessene Menge von haltbaren Lebensmitteln nicht fehlen, sorgt aber auch dafür, dass die Verwendung von Konserven auch ein unabhängiger Dosenöffner verfügbar ist. Elektronische funktionieren nicht ohne Strom. Das Thema Haltbarkeit von Lebensmitteln habe ich mal im Video mit den Kennzeichnungen mitbehandelt. Siehe oben unter dem i. Neben dem dürfen selbstverständlich viele trockene Lebensmittel nicht fehlen, um die Vorratshaltung für den Notfall zu kompletieren. Um sich ein Ei in die Pfanne zu hauen, ist Volleypulver eine haltbare Alternative zum frischen Ei. Einfach mit Wasser auflösen und braten. Um Milch selber herzustellen, ist Vollmilchpulver eine Möglichkeit. Nüsse, Zucker, Salz, Gewürze und Kräuter, Paniermehl, Kartoffelpüreepulver, Zwieback, Knäckebrot und Pumpernickel, Tee und Kaffeepulver, aber auch Mehl, stellt eine Ernährung im Notfall sicher. Aber auch viele Dinge, die man nicht essen kann, sind für eine Notfallvorratshaltung vonnöten. Papiertaschentücher, Toilettenpapier, Küchenrolle, Alufolie, Frischhaltefolie, Backpapier, Kerzen, Feuerzeuge und Streichhölzer, Taschenlampen und Batterien, genau wie Hygiene und Putzmittel, sollten nicht fehlen. Um nicht zu frieren und um sich Essen kochen zu können, ist eine Gascamping-Herdplatte und eine Gasheizung zu empfehlen. Vergesst in dem Zuge nicht einen ausreichenden Vorrat an Gaskartuschen, um die vorgenannten Geräte auch benutzen zu können. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr andere Ansichten seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um drüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020